im start mit einem neuen bmx gridsch und so wie man die farbe von bmx ändert als erstes müsst ihr im internet gehen dann geht der freis und transport dann geht ihr auf die fahrräder seite und wählt durch einfach irgendein fahrrad aus in meinem fall war es jetzt aber an bmx dann drückte hier die home taste aber vor dir dir die home taste drückt müsst ihr euch das merken also wie sie aussah ja außer nicht wie nicht als ganze aufschreiben oder so dann drückt auf die home taste da geht ihr auf die letzten sie motorsport dann drückte hier irgendein auto aus ist eigentlich egal welches denn das brauchen wir nur für die farbe dann drückt ihr einfach irgendeine farbe aus ihm einfach wasser war weiß da geht er auf diese uhr da oben und geht auf die gemerkte seite dann bestellt ihr euch einfach euer bmx und dann kommt es wird sie einfach warten ein bisschen und dann wie ihr sehen könnt ist mein drittes bike hier geliefert worden und eben auf die farbe die ich ausgewählt habe so leute das war's von x-master 90cv wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da oder wenn ich mich noch nicht abonniert habe